hallo robin schön dass du da bist stell dich doch bitte einmal kurz vor mein name ist robin ich bin außendienst der firma össer im bereich prothetik zuständig und heute möchte ich euch gerne das rioni vorstellen das rioni ist ja ein bionisches kniegelenk wie funktioniert es denn eigentlich jedes rioni basiert auf bewährten wirkprinzipien und der reaktionsschnellen magnetorheologischen technologien die wichtigsten merkmale des rioni sind der stolperschutz die autoadaptive anpassung der extension hold zum überwinden von hindernissen und die manuelle verriegelung außerdem verfügt das gelenk über eine wetterfestigkeit das heißt gartenarbeiten regen oder luftfeuchtigkeit sind kein problem für das gelenk welchen vorteil haben orthopädie techniker wenn sie unser rioni verwenden einer der bedeutendsten vorteile ist wirklich dass der aufbau sehr einfach ist das unten im fuß und am kniegelenk habe ich zwei notlinien punkte die ich miteinander verbinden muss den schafft muss ich dann natürlich richtig positionieren und schon kann eigentlich die autoadaptive anpassung über die app erfolgen und das gelenkt stellt sich individuell auf den anwender ein und ich brauche tatsächlich überhaupt keine parameter weiter einstellen wie bei anderen elektronischen gelenken und welchen vorteil haben anwender vom rioni das rioni fördert die stabilität und die sicherheit des anwenders und ermöglicht ein müheloses gehen auch verschiedenen untergründen danke für die infos robin gerne leonie wenn ihr das rioni gerne mal testen möchtet meldet euch gerne bei uns